So, hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar seht ihr es schon, ich habe mir ein neues Farm-Paket gekauft. Darüber werden wir uns jetzt mal direkt unterhalten. Falls euch wie immer das ganze gefällt, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst ja wie das ganze läuft. Immer gerne wieder auf die Werbung klicken. Für euch ist es kostenlos, es geht schnell und ihr tut mir damit sogar einen klitzekleinen Gefallen, denn dadurch bekomme ich eine klitzekleine Einnahme. So, das noch am Rande. Ich habe ja euch schon länger mal gesagt, dass ich umsteigen will. Ich weiß, jetzt werden die einen sagen, warte mal, war da nicht mal Lecho im Spiel? Ja. Dann habe ich überlegt, ihr kennt mich, ich hasse es, sagen wir so, Farben nach und nach zu kaufen. Daher habe ich auch die Citadel-Farben damals, als ich sie gesammelt habe, instant fast gekauft. Ich habe wirklich sehr, sehr schnell alle Farben nacheinander mir zugekauft, denn es gab ja immer mal eine Farbe, die dir fehlt und du hast keinen Bock manchmal zu mischen. Also klar kauft man sich 100 Farben. So. Jetzt habe ich gesehen, der Pool von Model Color Farben sind 218 Stück. Davon habe ich zwar jetzt sage ich mal 18 Stück, also fehlen mir noch quasi 200 Stück. So. 200 Stück würden mich grob fast 500 Euro kosten, wo ich gesagt habe, das ist stramm. Gibt es erstmal Alternativen, wo ich einfach mal weg von Citadel komme ein bisschen. Ich meine, klar, ich benutze die Citadel-Farben trotzdem. Wir wissen alle, sie haben ihre Höhen und Tiefen. Ich möchte irgendwann nochmal ein Live-Video dazu starten, wo ich nochmal über alles mögliche an Farben von jeglichen Firmen her rede. Aber da muss ich mal schauen, wann ich das mache. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich muss mich ein bisschen vorbereiten dafür. Und vielleicht freut euch das Ganze ja auch. Dann schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ich sowas mal machen soll. Auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, welche Firmen gibt es denn noch? Also hatte ich noch zwei, drei im Kopf und dachte mal Scale Color. Denn die haben auch nette Bücher, wo man einfach mal das Ganze, die verschiedenen Themenbereiche abdecken kann. Ja, wie beispielsweise Non-Metallic Malen, Steampunk-mäßig, Western-Style, realistisch. Was gibt es noch? Kratzer, also Verwitterung oder so. Und dann dachte ich mir, gut, dann schaue ich mir die Farben an, habe mir ein paar Farben extra gekauft und dachte, okay, alles klar. Die gefallen mir. Die sind nice. Und jetzt zeige ich euch einfach mal dieses Riesen-Paket davon. Denn das kostet 170 Euro, das ganze Paket. Es ist, ähm, ja, es ist recht schwer, muss ich sagen, dafür. Aber das liegt daran, weil ich nicht gelesen habe, dass hier sogar eine Aluminiumplatte quasi zum Aufstellen drin ist. Natürlich bringt es bei meinem System nichts, denn ich habe ja von Hobbyzone das System. Das heißt, es wird da eher rauskommen und im Müll landen. Aber sehr nett, dass es immerhin so einen kleinen Ständer mit dabei geben. Ähm, wo ich sage, okay, bei dem Preis, ne. Äh, die Einzelfarben kosten trotzdem um die, lasst mich lügen, äh, 3 Euro 19, 3,20. In dem einen oder anderen Online-Geschäft kosten sie, ich weiß nicht, 2, 2,90 dann oder so, 2,80. Ähm, aber ich wollte einfach alle Farben auf einmal haben und das war noch ein Preis, wo ich sage, da gehe ich noch mit. Die haben nicht mehr. Die haben 63 Farben in der normalen Series. Das heißt, ihr könnt hier mit Non-Metallic Kupfer, Non-Metallic, äh, Gold, Non-Metallic Metall malen. Ihr könnt blau, gelb, grün, rot, braun Sachen komplett, äh, malen. Die Farben lassen sich super geil mischen auf jeden Fall. Dafür sind die auch ausgelegt. Das heißt, die haben nicht solche Sachen wie bei Citadel, dass man sagt, Base-Farbe, Layer-Farbe, Farbe, Edge-Farbe, ähm, Kontrast-Farbe, wir haben Shade, etc. Das haben die nicht. Die haben einfach alles querbeet. Das heißt, man kann hantieren mit den Farben, wie man meint. Die lassen sich super mischen. Äh, die Konsistenz ist klasse. Ich zeige euch ja das gleich, das Paket gleich sowieso noch mal. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Sie sind, ähm, ja, es ist mehr drinne als wie bei Citadel. Ich meine, eine Citadel-Farbe von Games Workshop kostet mittlerweile, äh, lasst mich lügen, 3,60 Euro. Für 12 Milliliter immer noch. Hier sind 17 Milliliter drinne in einer Bottle-Flasche. Das heißt, äh, Drop-Bottle-Flasche, die sind ja viel, viel besser, finde ich ja persönlich, weil da kann man immer selber dosieren, schön, anstatt sich irgendwann der Rand verklebt. Ihr kennt es alle bei Games Workshop. Äh, Workshop, diese Farbtöpfchen, klar, die hat, die haben nur die irgendwie. Alle anderen benutzen so ein System. Ich weiß nicht, warum die sich dagegen wehren. Äh, die wollen wahrscheinlich nicht mit dem Strom schwimmen. Die wollen immer, immer dagegen rennen und sagen sich, ja, solange es Leute gibt, die das kaufen, ja, machen wir ja alles richtig. Wir erhöhen irgendwann die Preise um auf 5 Euro pro Base-Farbe. Und da rennen Leute immer noch mit. Äh, gut. Wir wollen aber jetzt nicht so viel über Games Workshop, äh, herziehen. Äh, sie machen ja trotzdem vieles sehr, sehr gut. Vor allem für Anfänger auch, mit diesem System, mit diesem Base-Layer-Dry-Gedöne. Das ist ja sehr schön. Da wissen die Leute immer, ah, die Farbe ist halt mehr, sagen wir mal, hat mehr Pigmente, deswegen ist das eine Base-Farbe, die Layer ist ein bisschen flüssiger und so weiter und so fort, wie auch immer. Äh, ist ja so nicht schlecht, muss ich ja auch zugeben. So, wir packen das Ganze aus. Wundert euch nicht, warum das hier jetzt schon so aussieht. Das ist ganz einfach. Ich habe hinten den Deckel rausgeschnitten, mit den ganzen Farben, weil die sind super sortiert. Ich habe genau eine Sache noch vergessen. Es gibt ja nicht nur 63. Es gibt danach noch die Metallfarben. Und, äh, ja, davon gibt es noch 24 Stück. Und, ich verrate euch noch was. Ja, ich habe sie auch. Die kommen aber in einem anderen Video vor. So, ähm, ich packe mal das Ganze hier weg. Also, das macht ihr eigentlich nur ab. Ja, dann habt ihr hier euer Kistchen. Und voila. Und ihr seht, das Kistchen ist sogar so groß, ihr könntet noch ein paar Metallic-Farben mitnehmen. Ich denke mal, das soll so gemacht sein, wenn ihr sagt, äh, ach ja, die nächsten zwei, vier, sechs, acht, also acht für neun Farben hätten wir noch Platz. Vielleicht neun Metallic-Farben oder so, wäre noch Platz dafür. Also, das ist schon mal ganz, ganz nett. Ich finde es klasse. Ich werde es aber jetzt, glaube ich mal, obwohl, ja, ich könnte es ja mal rausheben für euch extra kommen. So viel Zeit muss sein, oder? So. So sieht das Ganze aus. Ein einfacher, sag ich mal, ein einfacher Metallrahmen. Im Endeffekt, ja. Äh, die Farben sehen noch relativ alle frisch aus, weil man weiß ja nie, wie lang so eine Farbe schon da stand, ne? Ich setze das ganze Ding aber mal wieder da rein. Bam. So. Wir holen mal einfach mal was raus. Hier, blau. Ich finde auch erstmal, sorry, aber bei mir spricht auch das Auge mit. Und das heißt, wenn ne Farbtöpfchen schon cool aussieht, ja, bin ich schon gewillt, das zu kaufen. Ich weiß nicht, wem es von euch genauso geht. Ähm, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt so, gefällt mir, kaufe ich. Wenn das Design schon irgendwie scheiße ist davon, ich möchte jetzt nicht sagen Army Painter, ne? Aber wirklich das Design von diesen Flaschen, das gefällt mir gar nicht. Jetzt wird es manche geben und mich steinigen. Mag ja auch sein, dann werft mal los. Aber, ähm, mit dem Design kann ich nichts anfangen, ja? Ich muss sagen, das von AK, das neue, ist mega geil. Dann, äh, weil die haben so ein komisches Kreuz, ach, man weiß, so ein Kreuzdeckel irgendwie. Ähm, Scale Color, finde ich, hat ein cooles Design, weil das ist so dieses griechische. Ja, ähm, dann gibt es noch das von, ähm, ja, Citadel, gut, Citadel hat halt ihr, 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 ihr Design so, ne? Das ist einfach so, das, das kennt man, das mag man, oder das mag man auch nicht, aber es ist einfach da. Dann gibt es ja, wie gesagt, Army Painter. Dann gibt es ja noch so was von Amomig. Dann gibt es ja die Designs noch von anderen Herstellern. Ähm, aber nun gut, mir gefällt das, deswegen kaufe ich's. So, die Farbe, sehr schön. Also, es sind erstmal knallige Farben, aber das sieht auch nur knallig aus, ne? Also, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die Farben sind ultramatt. Wenn die trocknen, sind die ultramatt. Also, Citadel ist dagegen richtig eine Leuchtfarbe. Ähm, und auch Model Color ist nicht ganz so matt wie Scale, muss ich sagen. Tatsache. Ähm, gefällt mir daher sehr, sehr gut. Model Color werde ich mir trotzdem irgendwann zulegen, Leute. Werdet ihr irgendwann sehen, dass ich mal da ein riesen Video zumache, äh, wenn ich mal viel Geld übrig hab. Ähm, und, ja, jetzt bin, gnüge ich mich erstmal mit dieser Serie. Da werdet ihr bestimmt einiges von mir noch sehen. 17 Milliliter ist drin, richtig, genau. Wir können mal kurz gucken, wenn ich mich nicht irre, waren das die, die man, genau, das ist geil. Guckt euch das an, seht ihr das? Da ist, ihr könnt das sehen. Wenn ich jetzt den hier mache, da kommt nichts. Warum? Weil sie so schlau waren und haben gesagt, wir, wir machen das zu. Das heißt, du kannst es wirklich mit einem Zahnstocher wirklich durchstechen und dann ist die Farbe auch erst offen. Dann hast du hier, die sind so reingepresst, die kannst du danach dann wirklich öffnen, dann eure Alligator-Kugel reinschmeißen. Denkt dran, für die Pigmente immer mal durchzuwurschteln da drinne, weil die setzen sich auch irgendwann mal ab. Je nachdem, wie warm es ist und so weiter. Ähm, aber das ist geil. Sie sind wirklich erstmal zu. Das heißt, die Farbe ist absolut frisch. Und das finde ich geil. Viele Hersteller haben ja wirklich, du machst den Deckel auf und da oben siehst du schon, dass die Farbe reinträglich rauskommt. Klar, die haben auch hier einen Verschluss mit so einer, mit so einem Nöpfchen innen drinne. Das könnt ihr aber nicht sehen, aber ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ja, die verschließt das zwar, aber nicht so, wie jetzt, dass es wirklich zu ist. Das ist wirklich zu. Und das gefällt mir, bis du zu dem Zeitpunkt kommst, dass du sie benutzt. Hier, guckt euch mal dieses Turquise an. Das sieht auf dem Video gerade nicht so toll aus, wie in echt. Ich merke es gerade selber. Aber ich finde, das System ist super sortiert. Wir haben hier alles für Black and White. Das heißt, wenn ihr alles in Schwarz-Weiß machen wollt, sind die Farben schon sortiert. Hinten sind die Farben schon so angeordnet, dass du die verschiedenen Kategorien bemalen kannst. Beispiel, hier ist, wir haben das für Haut. Hier, die Reihe ist für Haut. Und Leder. Dann Feuer und Blut. Wald und Wiese, sag ich jetzt mal. Hier sind Aquafarben. Das ist Schwarz-Weiß Malerei. Hier kommen wir dann schon in den Bereich für Non-Metallic quasi, wie Kuppa. Muss man sich hier so teilen. Kuppa, Gold und Metall. Also, da kann man echt nicht klagen. Mir gefällt es super. Ich freue mich schon damit zu malen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und jetzt verabschiede ich mich und werde euch einfach mal fragen, was ihr davon haltet. Ob ihr die auch kaufen würdet oder eher nicht. Oder ob ihr auf andere Sachen steht. Bis dahin sage ich mal, macht's gut, haut rein und viel Spaß beim Bemalen. Bis dahin sage ich mal.